Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Command & Conquer Triberium Wars, heute in Australien. Und jetzt wollen wir mal gucken, was müssen wir da machen. Fangen Sie den Aurora-Raketenkonvoi der GDI ab und sichern Sie die Transporter mit den Gefechtsköpfen. Okay. Alles klar, Commander. Sie haben jetzt nur noch eine Chance. Im Moment startet ein GDI-Konvoi von einem Silo im Outback. Sie wollen wohl Ihre Aurora-Waffen nach Sydney bringen. Schalten Sie die Eskorte aus und schnappen Sie sich die Gefechtsköpfe. Dürfte leicht sein, die Eskorte von den Transportern zu unterscheiden. Diese Teile sind ziemlich groß. Okay. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Und natürlich wieder auf normal. Und spielen. In den Transportern sind Aurora-Gefechtsköpfe. Zerstören Sie Ihre Eskorten und bergen Sie die Gefechtsköpfe. Okay. Tarnkappensender bereit. Stampfpanzer. Neues Bonusziel. Scanner in der Nähe. Unsere Spieler melden, dass diese große Kristallformation strukturell instabil ist. Wenn Sie sie weiter schwächen, müsste sie einstürzen und der GDI den Weg abschneiden. Oh, cool. Okay. Oh, alle übelste Elite. Neues Bonusziel. Die Bruderschaft will wissen, was die GDI mit den Gefechtsköpfen plant. Erobern Sie dieses Labor und besorgen Sie Informationen. Okay. Wenn wir dafür Zeit haben. Gerne doch. Wir müssen das Labor... Irgendwo da hinten. Geheimdienstdaten aktualisiert. Okay. Hier fliegen immer Orcas durch die Gegend. Röcke vor. Na gut. Fahre in Position. Einheit wird angegriffen. Zack, zack, zack. Wir müssen näher ran. Röcke mal vor hier. Alles wegmachen. Aus dem Boden. Vorsicht. Okay. Feier. Bonusziel erreicht. Erste Bonusziel haben wir. Ganz leise. Geleitet zum Ziel. Okay. Schön ruhig. Oh. Einheit wird angegriffen. Vorsicht bleiben. Das ist so eine Schallkanone übrigens. Schön ruhig. Da oben auch. Ganz leise. Convoy wird angegriffen. Sofort ausweichen. Hier GDI Transporter CETA A. Wir haben keine Möglichkeit mehr uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Okay. Möchten Sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Stealthpanzer. Im Falle Nachrichten. Aurora Gefechtsköpfe gesichert. Bringen Sie sie zur Exfiltrationszone. Mhm. Okay. Na, das dürfst du mal alleine machen. Niemand sieht mich. Wir verstecken uns dort. So. Ganz leise. Da oben einmal hoch. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ah, mach gut. Schnell, greift an. Macht sie fertig, überfallt sie. Kommt. Hol dich immer im Panzer. Karin. Neue Bauoptionen. Initialisiere Video-Aktik. Hä? Kommander, das wird sie jetzt umhauen. Die GDI hat alle Ionenkanonen in der südlichen Hemisphäre aktiviert. Ich dachte, wir überleben die Kämpfe in Australien nicht. Aber sie feuern auf irgendwas im All. Sehen Sie hier. Was soll denn das hier ist? Oh, verdammt! Eins dieser Teile ist genau hier gelandet. Tut mir leid, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen verschwinden. Na los! Okay. Fahre in Position. Feindliche Einheiten in Sicht. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. Wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Oh, nee. Ich höre. Shit. Initialisiere Video-Aktik. Klappt. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Ja, ab da runter. Aurora-Transporter erobert. Steht jetzt unter Nordkontrolle. Vorsicht, nicht, dass so ein Ding hochgeht. Wieso? Was soll schon passen? Ihr GDI-Patrouille, ihr Epsilon, melden uns. Moment. Was zum Teufel? Nein. Dafür ist keine Zeit. Eingriff. Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole. In der Stadt will ich das nur so vermuten. Erbittern. Empfange Nachricht. Hier geht's aber richtig. Carry-All sind unterwegs. Halten Sie durch, bis Sie eintreffen. Verteidigen Sie die Aurora-Transporter um jeden Preis. Okay. Bin ich schon dabei. Toll. Die kommt wie gerufen. Wartet. Die wollen offenbar die Aliens angreifen. Schnappen wir uns die Raketen und dann weg hier. Oha. Einheit wird angegriffen. Feuer! So. Versucht euch mal zurückzuziehen hier. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, ihr habt sogar ein bisschen Kohle. Das ist gut. Wir verstecken uns dort. Komm, zieh dich zurück. Zieh dich zurück. Bringen wir es hinter uns. Zieh dich zurück. Schnell, Tam. Wir sind getroffen. Oh nein, shit. In Wartestellung. Niemand sieht mich. Einheit wird angegriffen. Geleitet zum Ziel. Schön ruhig. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Boah, das geht ja hier richtig rund. Bringen wir es hinter uns. Ah, nun, wo sind denn die Carriers? 18 Sekunden noch. Ah, nein, 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 nicht. Nicht die Luft. Jetzt sind die Carriers nicht bei uns. Sind wir erledigt? Ja. Diese Waffen sind der Schlüssel für Kiliens Pläne. Wir müssen sie beschützen. Alle Gefechtsköpfe sind detoniert. Sie haben versagt. Da kommt gerade der... Ah, nee. Okay, ich merke schon, ich muss extrem schnell reagieren. Ja gut, das muss ich jetzt. Alles klar, Commander. Sie haben jetzt nur... Das kennen wir schon. Ah, nee. Empfange Nachricht. In den Transportern sind Aurora-Gefichtsköpfe. Zerstören Sie Ihre Eskorten und bergen Sie die Geschichtsköpfe. Ich muss noch mal überspringen hier. Gut, wir wissen ja, dass es jetzt kommt. Scanner in der Nähe. So. Einmal alles zusammen. Staufmann. Scanner in der Nähe. Ganz leise. Was gibt's? Satrolle bereit. Wir haben ja keine Ahnung. Wir warten dort. Ich darf nicht zu aggressivieren. Wir müssen näher ran. Einheit wird angeguckt. Einheit verloben. Na, das war nicht. Das ist nicht so gut. Schnell, Kraft an. Ich habe nicht verloren. Bonus-Ziel erreicht. Wir verstecken uns dort. Das haben wir schon mal. Geleitet zum Ziel. Ganz leise. Und jetzt lassen wir hier die GDI auch mal was machen. Wir wählen uns die einfach mal aus. Auf eins. Da kommt jetzt der erste Transporter. Und der zweite und da der dritte. Der dritte wird am schwersten, weil halt Elite-Mammut-Panzer mit bei ist. Gut. Da oben ist ein Schall-Emitter. Da ist ein Schall-Emitter. Das sind alle Elite, sehe ich gerade. Wow. Ganz leise. Gott. Geleitet zum Ziel. Jetzt kann's losgehen. Schön ruhig. Geleitet zum Ziel. Einheit wird angegriffen. Convoy wird angegriffen. Sofort ausweichen. Einheit verloben. Hier GDI-Transporter Zeta A. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Wir möchten Sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Okay, der geht nach unten und der geht nach oben. Empfange Nachricht. Aurora-Gefechtsköpfe gesichert. Bringen Sie sie zur Exfiltrationszone. Ja, ich bin schon unterwegs dahin. Wo man sehen kann. Neue Bauoption. Okay, kurz warten. Ach, ich hätte auch Panzer bauen können. Ausbildung. Machen wir ein paar Stealth-Panzer. Einheit wird angegriffen. Jetzt. So. Ganz leise. Dann holen wir uns den hier oben. Da gehen klar machen. Überfallt sie. Sie sind auf Panzer einsatzbereit. Schön gegen gehen. In der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Aurora-Transporter erobert. Steht jetzt unter Nordkontrolle. Einheit wird angegriffen. Lauf, lauf, lauf. Jetzt kommt das Video. Kommander, das wird sie jetzt umhauen. Die GDI hat alle Ionenkanonen in der südlichen Hemisphäre aktiviert. Ich dachte, wir überleben die Kämpfe in Australien nicht. Aber sie feuern auf irgendwas im All. Sehen Sie hier. Was soll denn das hier ist? Oh, verdammt. Eins dieser Teile ist genau hier gelandet. Tut mir leid, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen verschwinden. Na los. Feindliche Einheiten in Sicht. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. So, weiter. Initialisiere Videoabred. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. So, einmal hier alles plattfahren. Jetzt müssen Sie uns schon verteidigen. Auf Sie! Die GDI-Patrouille Epsilon melden uns. Moment. Was zum Treffen? Nein. Dafür ist keine Zeit. Angriff! Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole, wir haben Alien-Kontakt erbitten. Angegriffen. Oha. Verdammt, Sie haben uns. Transportner, CETAC kapituliert. Aber vermeiden Sie weitere Opfer. Vorsicht, nicht, dass so ein Ding hochgeht. Weg da, weg da. Was soll schon passieren? Nein. Einsatzziel erreicht. Shit. Empfange Nachricht. Carry-All sind unterwegs. Halten Sie durch, bis Sie antreffen. Verteiligen Sie die Aurora-Transporter um jeden Preis. Das werde ich Ihnen nie überstehen hier. Ah, nee, ey. Kein Kält mehr. Und ich muss eine Minute hier rumstehen. Ich höre. Verstehe. Einheit wird angegriffen. Vorsichtig. Ja. Okay. Sagen, gleich gehen wir auf. Eine Minute halten. Vorsichtig. Verstehe. Selbst wenn die repariert werden. Ja, Mann. Das ist zu viel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Alter, mit was er hier alles ankommt. Das ist ein bisschen krass. Einer dieser Waffen sind der Schlüssel für Kilians Pläne. Wir müssen sie beschützen. Alle Gefechtsköpfe sind detoniert. Sie haben versagt. Da ist der Gefechtskopf da oben. Und ich konnte ihn nicht rechtzeitig wegschicken. Direkt detoniert. Ah, nee, ey. Alles klar. So, nochmal. Kann ja hier nicht wahr sein. Ich werde das nicht hinkriegen. Empfange nach. In den Transportern sind Aurora Gefechtsköpfe. Zerstören Sie Ihre Eskorten und bergen Sie die Gefechtsköpfe. Okay. So, ihr seid Nummer eins. Neues Bonusziel. So. Was brauchen Sie? Euch nehmen wir jetzt mal einfach. Neues Bonusziel. Es wird uns gehören. Es läuft einfach los. Euch brauche ich sowieso nicht. Das schaffe ich sowieso nicht, glaube ich. So. Die Geheimdienstdaten aktualisiert. Ihr dürft jetzt nicht schon mal los. Einheit wird angelült. Okay. Ne, ihr werdet auch... Einheit verloren. Ihr seid so genial. Ihr rennt am Schall im Winter vorbei. Wir schleichen uns an. Ganz... Andere. Raketen klar machen. Auf sie! Feuer! Beide behalten. Bonusziel erreicht. Karre in Position. Gut. Ganz leise. Vorsichtig bleiben. Einheit wird angegriffen. So. Ganz leise. Schick, schick, schick. Fahr in Position. Wir warten dort. Okay, bleiben wir mal kurz hier. Lassen die mal ein bisschen reinkommen. Wir schleichen uns an. Convoy wird angegriffen. Sofort ausweichen. Volle Deckung. Der Geordner. Hier GDI-Transporter Zeta A. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Wir möchten Sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Ganz leise. Schön ruhig. Empfange Nachricht. Aurora-Gefechtsköpfe gesichert. Bringen Sie sie zur Exxon. Okay. So. Erstmal die weg. Und jetzt hier rein. Aurora-Transporter erobert. Steht jetzt unter Nordkontrolle. So. Und jetzt hier hin. Gut, 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 gut. Tarnkappensender bereit. Dann brauchen wir einen. Ausbildung. Notmods und Buggies. Wir warten dort. Müssen wir mal so regeln. Wir verstecken uns dort. Notmods ist bereit. Ganz leise. Überfallt sie. So, und das kann auch gleich weggehen. Ja, kann ich das wegskippen? Ja, kann ich. Das kennen wir auch schon. Notmods ist bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Fahre in Position. So, diesmal umkann sie nicht. Notmods ist bereit. Wir verstecken uns dort. Gehen wir auf die Jagd. Initialisierung. Gehen wir auf die Jagd. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. So soll der sich damit rumprügeln? Geheimdienstdaten aktualisiert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. GDI-Zentrale, komm. Hier meldet sich Toxin-Transporter Zeta. Wir erbitten sofortige Unterstützung. Nordrebellen haben uns aufgehalten. Wir sitzen in der Falle. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Eskorte. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Wir GDI-Patrouille Epsilon melden uns. Moment. Was zum Teufel? Bleib hier, bleib hier. Nein, Zentrale Bitterkommel. Angriff. Fandant, Sie haben uns. Transporter Zeta-C kapituliert. Aber vermeiden Sie weitere Opfer. Ja, ich hab jetzt alle. Empfange Nachricht. Carry-All sind unterwegs. Halten Sie durch, bis Sie angreifen. Eine GDI-Luftpatrouille. Toll. Die kommt wie gerufen. Wartet. Die wollen offenbar die Aliens angreifen. Schnappen wir uns die Raketen und dann weg hier. Ja. Nordmot ist bereit. Einfach nur hier stehen bleiben. Alles raus. Gehen wir auf die Jagd. Gehen wir auf die Jagd. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Von allen Seiten. Einheit wird angegriffen. Einheit befördert. Boah, das ist der Wahnsinn. Totaler Krieg hier. Einheit verloren. So, mach ich euch mal kurz zu zwei. Ein paar Sekunden hier. Haltet durch, haltet durch. Mehr kann ich nicht bauen. Mehr kann ich nicht machen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einfach still da bleiben. Einheit wird angegriffen. Okay, dann kommen die nächsten. Einheit befördert. Die haben auch nur mich im Sinn gehabt. Wenn sich die Carryalls nicht beeilen, sind wir erledigt. Ja, schön. Unser Stützpunkt wird hier. 4, 3, 2, 1. Einsatz zieht erreicht. Einheit wird angegriffen. Bitte lass es was gewesen sein. Not Carryall XR-17. Bereit für Evakuierung. Ja, es ist es. Mission erfolgreich. Ich war zwar eine extrem kurze Mission, aber schwer. Aber geschafft. Das ist die Hauptsache. Kinder von Norden. Ich bin hier, um euch über die unerwartete Wende im Krieg gegen die GDI zu informieren. Vor weniger als einer Stunde feuerten GDI Ionkanonen auf sechs nicht identifizierte Flugobjekte. Diese wurden offenbar durch den Angriff nicht beschädigt. Im Gegenteil. Sie spalteten sich in viele kleine Objekte auf und landen überall auf der Welt. Uns liegen erste Berichte vor, dass an Bord dieser Flugobjekte feindselige außerirdische Wesen sind. Diese überrennen inzwischen sowohl blaue als auch gelbe Zonen und greifen sowohl GDI als auch Nordstellungen an. Nur leider haben wir keinerlei Daten über diesen neuen Feind. Aber eines ist sicher. Wir sollten jetzt erst einmal die GDI vergessen und uns gegen diesen neuen Feind verteidigen. Okay. Gut. Ja, ein Bonus-Ziel haben wir nicht gekriegt. Na gut. Wir sind immer noch in Australien. Stadtmauer von Sydney wäre dann die nächste Mission. Und die sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann.